Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von uns, das nach einigen Jahren mal wieder kommt, ja! Und erstmal ein feldes Dankeschön, dass unser Video, also mein Video, das Partikelfloor-Video so gut ankam, ich meine, ich habe es zwar vor sechs Monaten hochgeladen, aber ich meine, 3200 Aufrufe ist wirklich was, was wir noch nie geschafft haben, auf einem Video so viele Aufrufe zu haben. Ja, genau. Ja, und erstmal noch Entschuldigung, dass seit einem Monat kein Video kam, wir hatten jetzt Prüfungen, also letzten Mittwoch hatten wir die letzte Prüfung und wir hatten dann auch noch in den letzten Tagen noch eine Präsentation und darum hatten wir nicht genügend Zeit, um Videos aufzunehmen. Ja, darum kommt jetzt wieder eins, wir spielen Bloons-TD-Battles, ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde. Dann lade ich dich mal ein. So, ähm... Ja? Ja, wir klicken einfach mal auf Randomize. So, das muss ich auch noch draufklicken. Scheiß, die Wandern. Oh Gott. Scheiße. Das wird witzig. Ja, das glaube ich auch. Vor allem bei der Map. Äh, fuck, ich glaube oben. Links. Ah, ja. Äh, scheiße. Hm? Ja, du hast wenigstens Boomerang. Ja, ja. Toll. Ja, ist gut. Nee. Ich dachte, der kommt von dem Roten. Ja, nee. Kommt auf mich. Ja, das ist auch. Äh. Ach, den Staubsauger habe ich auch dabei. Ach, gut. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es gerade wirklich heißt, aber ich habe ihn jetzt einfach Staubsauger. Äh, keine Ahnung. Wie immer. Hä, hä, nee. Ach, ja. Das Spiel ist übrigens, wen es interessiert, kostenlos auf Steam erhältlich. Es soll jetzt keine Werbung sein, aber falls es jemanden interessiert, weil, ähm, ja, kann man ja mal dazu sagen. Hat sich jetzt ziemlich nach Werbung angehört. Ja, wir kriegen ja da keine Geld dafür, von daher ist es theoretisch gesehen. Jetzt nur, 1999. Genau, wahrscheinlich kostet es jetzt so viel, oder? Ich glaube es auch. Ja, klar. Oh Mann, was hast du alles für, 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 für Monkeys, sag ich das mal. Ich hab den Sniper. Den Sniper, den habe ich auch dabei. Moment, was? Ah. Okay, ein toller Brick, aber vor Ort, voll was? Ja, ja, ja. Bei der Schutzgeschwindigkeit. Naja, ich hätte ihn an deiner Stelle nicht ganz nach vorne gestellt. Ich hab meines ganz dahinten gestellt. Ähm, es gibt ein Upgrade bei dem Monkey. Beim Sniper Monkey. Genau, dass der, ähm, bis nach dem, was, nach rechts, was, da jetzt kommt, mit für 2400. Ja, ja. Dass er schneller schießt, dreimal so schnell, glaube ich, ungefähr. Ja, das wäre gut. Ähm, ja, dreimal so schnell. Ja, dreimal so schnell. Ja, ja, ja. Äh, ja. Also, das Spiel ist ziemlich lustig. Also, wir machen jetzt zum Beispiel, was gerade, ähm, so zusammen was geht. Wo man jetzt keine, keine Medaillen sammeln kann. Ähm, oder irgendwie, äh, Darts. Aber es ist ziemlich lustig trotzdem. Mhm. Ich sag mal, Rage spürt. Wieso? Ja, mit dir zu spielen. Ey, was soll das jetzt heiß? Das ist aber schon eine Strafe. Ja, aber mit dir, oder was? Hm, ich war auf 3000. Auf was? 3000. Für? Äh, für den, äh, Sauger da. Oh, oh. Sauger? Red, bei dir kommt da, ähm, Scheiße, bei dir geht da gerade einiges durch, ne? Nein, 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 das sieht nur so aus. Äh, ja. Das sieht... Ich glaub, du hast es ziemlich verkackt. Nur so. Oh, das haben wir auch hier. Oh, oh, oh. War knapp, oder? Nein, nein, nein. Die Einheiten sind auch perfekt dafür. Guck, so sieht der Monkey aus, wenn er dreifach so schnell schießen kann. Oh. Ganz okay. Ja, ganz okay. Der Supermonkey, äh, der Supermonkey, sag ich schon, der Snipermonkey ist nicht unbedingt der Beste, aber auch die Reich... Er hat halt eine gute Reichweite. Halbwegs gut. Kann einmal quer über die Map schießen. Aber halbwegs gut, ne? Nicht so krass. Nicht so krass, ja, ja. Ach ja. Ach ja, genau, falls man es noch nicht gemerkt hat, oben stehen die Leben. Man hat normalerweise, wie ich es jetzt noch habe, 150. Red hat jetzt schon 1, 2 abgezogen bekommen. 1, 2, 90. Wissen die ja nicht. Die können ja keinen Kopf rechnen. Ja, ja, ja. Wir nehmen es einfach Taschenrechner. Äh. Ja, die kommt ein bisschen was durch. Ne, glaub ich nicht. Auch bei mir. Ja. Bei dir kommt gerade was durch. Hä, kann es sein, dass wir irgendwie fast die gleichen Dinger gezogen haben? Ja, fast. Ich habe nur diesen, äh, diese Nagelwerfer da nicht. Ja, ja, genau. Ich habe den Bumerang nicht. Dafür habe ich aber den, das, was du unten hast, das habe ich auch. Also... Ist immer richtig geil. Hm. Ist das Zufall? Ich denke nicht. Nice. Welche Seite bei dem Staubsauger hast du geupgradet? Links oder rechts? Noch gar keine davon. Ich war eigentlich auf 3000, aber... ...kommen wir eigentlich dazu. Ach, gut. Weil ich jetzt gleich sterben werde. Ja, sieht ganz lang aus. Äh. Du hättest... Sehr schön. Ich bin tot. Und das ist schon die zweite Runde. Schon. Ja, normalerweise geht es gar nicht mal so schnell, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja. Äh. Ja, toll. Hast du gut gesetzt. Das hat es jetzt ge... Oh, das geht sogar. Hä? Ja, gut, aber... Eiserlich ist jetzt nicht ganz so passend. Ja, ja. Ach so. Stimmt, ich habe ja jetzt nächstes Level vom Magier. Ich kann ihn ja ein bisschen höher leveln als vorher. Ja. Oh, krass. Red ist voll der Skillboy. Muss man wissen. Ich bin jetzt... ...fortgeschritten. Als vorher. Hm? Ja. Ja, ja. Hm. Aber welchen... Ah, ich weiß schon, was ich mache. Sehr sich gut. Ja. Wenn du wenigstens... Du weißt, was machst du. Ich mache ich nächstes Etwas. Ach komm, du Drecksache. Schick mir doch nicht schon wieder was. Mach ich, du gar nicht. Ja, ja, ja. Nimm mich. Näh, näh. Näh, näh. Ich merke... Ich merke... Aber du, gell? Nein, ich mache doch gar nichts. Ich bin nur auf durchklicken. Ja. Hab ich mir gedacht. Äh, ja, ja, ja. Wir sind aber gar zu viel im Herd. Das ist echt nicht okay. Sieht nur so aus. Ja, ja. Ich will nur die 300 erreichen. Nur. Nur. Wollen wir alle. Mh. 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 Am Anfang ist es noch ein bisschen langweilig, wie man jetzt hier sieht. Außer der Gegner schickt Ballons. Mh. 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 Oh, äh, die kommen jetzt mal ein bisschen weit, oder? Näh, nee. Das sieht nur so aus. Oh, ja. So, und einmal... Ja. Wollt. Ähm. Huh. Äh, äh. So. Ich kann das gerade noch kaufen. Äh, ha. Äh, mit was... Ne? Weißt du, was ich meine? Auf jeden. Auf was levelst du deinen, ähm... Magier? Äh, erst mal da, wo er ist, äh, Sturm. Und dann an einer anderen Stelle mach ich Feuer. Okay. Vor allem das erste Level vom Superman... Äh, Superman, die ich sag schon mal. Das vom, äh... Dartling Gun Monkey, genau. Der hat so... Kein Aiming. Ja, das stimmt. Er schießt zwar... Zwei in die Richtung, aber die Darts kommen da links und rechts davon vorbei. An. Ja, ist halt ein Profi. Na ja, wenn wir höher gelämmt hast, ja, dann zieht er schon durch. Dann schon, wenn er mit anfängt, mit Laysern zu schießen. Ja, genau. Hast du vorher eigentlich Laser genommen oder Raketen? So weit kam ich doch gar nicht. So, das stimmt. Wir sind vorher abgeschmiert. Bin ich ja verreckt. Das hast du böse gesagt. Ach so, ich kann ihn gehen, die noch weiter hochleveln, die Mensch. Krass. Den habe ich ja gezogen. Naja, da. Was hast du als dritte Einheit genommen? Äh... Den, den Superman-Gü. Ach, der Superman-Gü mal wieder. Mhm. Das hat nichts Besseres zu tun, gell. Mhm. Äh, haha. Wieso gibt's das zu? Bitten. Ähm... Ich muss mal was ausprobieren. Heilige Scheiße, was ist das denn? Was denn? Bei mir ist gerade eine Helia im Haus vorbeigeflogen. Das hat sich gerade angehört, wie sonst was. Ach so. Schickst du mir schon wieder? Nein. Ja, 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 ja. Ich seh's. Hä, was denn? Dass wir wieder einen Metall-Wallon schickst. Hä, gar nicht, Bart. Ja, ja. Kommst du da drauf? Schickst du mir eh gleich was wieder. Von daher, ich hab nur schon mal vorausgegriffen. Ach so. Warte mal, ich will mal schnell was ausprobieren. Was ist das? Uh, uh, uh. Allerle. Kosten zwar mehr, aber sieht interessant aus. Aha. Camouflage-Metall. Die hat mir doch letztens... Die konnte ich letztens aber nicht verentscheidigen. Seht schön aus, oder? Nein, nein. Oh Gott. Hast du auch was zu schicken? Hä? Ich hab doch drauf geschickt. Hab ich... Ja, 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 ich seh's. Ich hab nichts mehr in der Reihe. Ja, ja. Zumindest... Ja, ich merk's. Ähm... Die fänden Camouflage-Metall-Helis. Helis, ja. Helis, äh, Ballons. Zumindest hab ich... ...jetzt nichts mehr in der Reihe. Und? Wie kam der erste durch? Echt? Oh ja, eine. Einer? Na ja, ein bisschen mehr. Äh, Red? Da ist grad ein bisschen was dabei los. Nein, das muss es sein. Scheiße. Ja, das muss es sein. Äh, hab ich mir schon gedacht. Ah, kurz mal ne Vorsorge... ...errichtet. Vielleicht sollte ich am Anfang auch mal was hinstellen. Ja, das ist ne Idee. Hm. Äh, äh... Äh... Hm. Ja. Oh, da spar' auch zweieinhalb Tausend. Für was? So'n schönen, fetten, roten Ballon. Was? Nein. Find ich jetzt nicht so. Das ist ja nicht schon ein bisschen witzig? Das ist super witzig. Dann zicke ich dir auch nur ein. Ja, okay, kannst du noch. Kein Problem. Aber warte, bis ich mein Item Monkey noch ein bisschen hochlevelt. Nein, nein, das mach ich dann direkt. Ah ja, okay. Also jetzt mein ich. Ja, mach es. Wirklich? Mach. Ich will schau, ob wir nicht verlieren sehen. Hä? Du willst mich nicht verlieren sehen? Die erste Runde hast du verdammt von. Das ist egal. Achso. Hm. Stimmt. Ja. Scheiße, ne? Ah. Der Ballon kann ja mal nix. Ja, ich mög's. Das ist aber ein bisschen langsam. Ja. Den kann doch nix, sag ich das. Aber er kommt ziemlich weit. Scheiße. Ja, das ist ein Thema ziemlich weit. Ja, bei dir nicht, gell? Äh, was war grad? Das sah grad ein bisschen knapp aus. Ah, heiliger. Sieht aus, als hätte ich gewonnen. Oh, scheiße. Oh. Ich glaub, das riecht nach einer Entscheidungsrunde. Jo. So, dann kommen wir jetzt auch noch zu einer, äh, Card-Battle-Runde als Entscheidungsrunde. Oh, fuck. Ja, ja. Dass ich jetzt direkt verkacken werde. Ja, ich wollte auch grad sagen, ich ja. Ach, wobei, halt noch. Ach, nein, kacke, das sind 2000. 2000, 1400. Ha. Schön hinschillen. Irgendwo. Hast du den gleichen wie... Ja. Zufall, oder? Hm. Das werden wir noch sehen. Hm. Problem ist, sie kommt jetzt trotzdem ziemlich weit noch. Ach so, hm. Was halt jetzt auch schade ist, ich kann dir nicht direkt Ballons schicken. Hm. Hm, du nicht. Ich gleich. Schön. Äh, aber das muss ich mal aussortieren. Äh. Ich weiß. Äh, mach mal 2000. Äh, okay. Wobei, 1000, naa, nein, ich falle auf 2000. Hm, mach das. Hätte ich jetzt sogar schon. Was? Hm. Ich warte aber auf was anderes. Aha. Auf den hier. Ich glaube, den Läscher ist auch gebraucht. Gibt's sonst noch was? Ah, ja. Den kann ich erst später verbrauchen. Ja, 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 den kann ich sparen. So. Schön in die Ecke. Ach ja. Äh. 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 Tut mir jetzt eigentlich schon leid, um den, aber gut. Lass noch was noch. Was? Ach komm. Du hast es doch gewollt. Du kleiner Drexel. Ich stehe wieder. Hahaha, du hast es gewollt. Nein. Doch, doch. Nein, 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 nein. Du hast vorhin gesagt, in der Pause zwischen den zwei Battlestar, hast du gesagt, will ich ein paar Ballons haben. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Ist nicht schlimm. Alles klar. So, aber was such mir denn jetzt schön jetzt mal aus? Äh. Ach komm, 1250. Wobei, äh, äh, ah, oh, ich nehme einfach das. Das hier. Genau. Dat hier. Das sehe ich auch so. So, wieder was aussortieren. Oh, den, oh, den nehme ich vielleicht mal. Hm? Ja, den könnte ich auch nehmen, den hier. Ah, den hier. Genau den. Genau den. Das dachte ich auch gerade. Ja. Vor allem, was mir auch gerade auffällt, ist Ubo das eigentlich voll scheiße. Weil das kann, das hat nur rechts aufgelevelt und links gar nichts. Das ist ein bisschen doof. Und vor allem, das steht so eine Turret bei mir im Wasser. Kannst du. Sieht auch geil aus. Äh, die hat so die Schwimmflüsschen da unten drunter. Wie man zieht. Wie man sieht, ist die Truppe hier auch ganz gut. Ach komm. Was? Ja, die Truppe hier hätte ich auch gern. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, die kostet, der kostet aber nur 2,5, gell? Ja, schön. Der bei mir kostet es, äh, vierfache. Schön. Den hab ich ja auch irgendwo dabei, glaub ich. Irgendwo da. Irgendwo da im Stapel. Oh, da hab ich ja noch einen. 2,500. Äh, da. Wobei. Kann ich da in der Mitte auch was stellen? Und mal ausprobieren. Das kann man mal schicken. Ach komm. Irgendwie hab ich das Gefühl, da kannst du grad nicht so gut verteidigen. Ja, das hab ich auch das Gefühl. Oh, da kommen Kartenfahrt, hör ich. Ist jetzt natürlich ein bisschen kitziger, ne? Ja, ein bisschen schon. Ah, schöne Farben da unten. Ja, ich brauche Glück. Ha. Oh, da trägst du hin. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ist eigentlich direkt beendet so wie es ist es schon ziemlich lustig startet vor allem brest er hat erledigt das ist geil ich finde es aber nicht witzig ja ich schon den können sie schon setzen setzt du? ja dann hab ich auch, jetzt war's gut ja ich schäume jetzt am Tornado ja also mir gehts eigentlich mehr darum die Camo Ballons zu verteidigen kann der? ich, der hat ja Blitz also, scheiße, der kann's doch nicht jawoll äh ach, das hat's ich glaub der kann zu verteidigen fängt jetzt doch auf den Hishbun toll, auch für mir nur noch 1000 ich glaube der, den ich da gerade gesetzt hab, den Flash dann gibt's mal okay der kann sie hoffentlich verteidigen hm sind da gerade ein paar Camo Ballons zwei hier durchgekommen? nein, allein sieht nur so aus ich hoffe ich will dich dann nachgefuckt, sie kann zur Reihe gegen sie ja ja er geht noch, ne das war's so, jetzt mach ich hier mal auf Superman gehen mal gucken ob er sich jetzt nicht sparen oh, über 10.000, 15.000, 7.000, 400,000, 3.000 oder 3.000, ja Das ist mal eine Auswahl. Ich glaube, ich brauche auf 200, was mir nichts bringen wird. Oh, wir fehlen da mal wieder nur noch 1000. Das wäre jetzt halt schon ein Traum, wenn ich den setzen könnte. Was meinst du? Ja, dieser eine... Dieser eine... Meinst du Gruppe oder... 5.215. Ja, das... Lasern wir die können? Nein. Doch. Hast du auch gerade drin? Nee, die hätte ich gern. Die kann ich nicht ausrüsten. Ach so, kannst du noch nicht ausrüsten? Nee, muss ich freischalten. So, stimmt. Die Online-Battle dann ja. Ja, hab ich noch nie gemacht. Das ist schlecht. Ich will mir den gleich holen. Weißt du, Red, ich könnte es jetzt beenden. Könntest du. Ja, wenn ich dir so einen roten schick. So, meine Damen und Herren, sieht übrigens ein Laser-Monkey... äh, Laser-Dart-Monkey aus. Also, Red und ich finden den sehr. Sehr? Das fällt mir das Wort nicht ein. Sehr gut. Oh. Genau, sehr gut. Soll ich noch auf meine Seite achten? Das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, du hast nicht so viele, wo diese Camo-Blöcke... äh, Camo-Blöcke, genau. Äh, Camo-Teile ableihen können. Das hast du gut erkannt. Das ist gut für mich. Hm. Ach komm. Warte, komm. Ich glaube, da könnte es schwierig werden. Nein, mach ich locker. Hm, locker vor allem. Wie du siehst. Wenn du ihn nicht seh, kommen wir grad bei dir ziemlich viele durch. Das... Jawoll! Sieht nur so aus. Geil. Perfekt, mit 23 Leben rock ich das. Easy. Ich hab's einmal geschafft, den hier für 10.000 zu bekommen und dann hab ich direkt verloren. Geil, oder? Ja, nee. Also, es war geil, dass ich ihn für 10 Sekunden drin hatte. Für mehr hat's dann doch nicht gereicht. Ja, falsch. Irgendwie, ich musste diesen Boost noch nicht einsetzen. Nicht einmal, ne? Ach so, ja. Ich hab jetzt ein noch übrig. Sorry, dass ich lache, aber ich find's grad irgendwie voll geil. Ha, ich nicht. Das merk ich. Soll ich dir so einen roten vorbeischicken? Nee, ich hab was genügend zu tun mit denen. Oh, okay. Ja, ja. Ich glaub, du musst auch den Boost aktivieren. Hab ich schon. Ja, ich erspare halt gerade auf ne spezielle Truppe, aber das dauert halt, glaub ich, noch ein bisschen, bis ich die habe. Und das ist halt, äh... Ah, nicht so gut. Na gut, ich kann mir noch ein paar, weil mir können noch ein paar durch, da ist das nicht so problematisch. Ha, ha, ha. Oh, ne, shit. Na gut, einer ist jetzt nicht so kritisch. Na, einer nicht, aber... Ich hab' ich nicht gesagt. Ja, gut, ich hab' gleich mal ne Truppe von daher... Deine Truppe. Kann mich schon vorstellen, was deine Truppe ist. Also, ich setze jetzt einfach mal, ne? Ja, und ich mach' das jetzt einfach mal. Den meintest du vorhin, oder? Ach komm, halt den Maul. Ich hab' ein bisschen gespart. Ja, ein bisschen, ich merke's. Ja, aber der Ziel ist jetzt hier komplett durch. Ja. Ich glaub', den könnte ich auch brauchen. Dann würde mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ähm. Ah, du Dreck, sag, schick mir doch schon wieder was. Ich hab' nichts gemacht, ohne Witz, ich hab' nichts gemacht. Das sind diese scheiß, äh, Kamoblöcke, Kamoblöcke. Warum sag' ich immer Blöcke? So, meine Damen und Herren, äh, ja. Es war eine schöne Runde. Muss ich sagen. Also, hat mir gut gefallen. Ja, ich glaub', dann, ähm, war das wohl die Entscheidungsrunde. Fred, willst du da noch, willst du da noch irgendwas hinzufügen? Sehr ruhig. Scheiße, Alter. Ich find' das jetzt überhaupt nicht zum Lassen. Mann, das war jetzt ohne Einwirkung am Schluss noch, gell? Mann, hättest du nicht noch ein bisschen länger überleben können, dann hätt' ich noch ein bisschen in Zehntausende aus... Ja, 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 ja. Das war voll schön. Ja, schön. Hätt' wir auch nicht schicken dürfen. Naja, aber ich hab' dir nichts geschickt am Schluss. Am Anfang. Äh, das hat ja keinen Unterschied gemacht. Die waren ja gar nicht mehr von mir, die, wo durchgekommen sind. Doch, am Anfang sind ein paar auch durchgekommen. Einer. Kamoblöcke. Ja, aber die sind doch bei den Nageldingern dann hängen geblieben. Nein. So, nicht schicken, schicken. Das waren ja schon 20, dann mehr, genau. Ja, dann, ähm, hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, schreibt doch mal einen Kommentar, was leider eh nicht passieren wird. Aber gut. Ähm, ja, und ich denke mal, sonst sehen wir uns im nächsten Video mehr, wann auch immer das kommen wird. Auf zu lachen. Äh, ja, was? Auf zu lachen. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Video und ciao. Ciao.